mich erkennt er ja ich bin ja die leuchtfackel der chaoten also ihr erkennt die chaoten daran dass da ein viel zu heller mensch dabei rumläuft der bin dann ich also wenn da ein sehr heller mensch meiner menschengruppe rumläuft noch dazu werden wir t-shirts anhaben wo also james wird sein kanal t-shirt anhaben ich werde meinen japan t-shirt anhaben und dem entsprechend sollten wir erkennbar sein ja ja so ist das wir heißen hier mal schön lang heizen freud ja mein ach das war das wo man rückwärts einparken musste später ich erinnere mich also noch mal gegen ende also das am anfang habe ich schon versaut aber das gegen ende das krieg ich jetzt wahrscheinlich nichts aber ich versuche es dann steht da wenigstens stets bemüht und schon auf jeden tag steht bemüht allerdings glaube ich dass das hier zwei folgen werden würde ich mal so sagen vermute ich weil die linie geht 25 minuten vielleicht fahre ich jetzt auch gerade ein bisschen schneller wenn ich nun mal eine sehr hohe geschwindigkeit war ich glaube ich fahre gleich 100 und ich war sehr mittig müssen wir da überziehen so ich habe jetzt echt ein gefallen daran gefunden das heißt ein gefallen daran gefunden es ist halt mal wieder was komplett neues für mich zum beispiel straßen bahn im omsi zu fahren ich finde es immer noch nicht so ganz richtig ja weil man merkt schon wo der omsi an seine grenzen kommt aber mit der nf6d und damit erlobe ich jetzt nicht den offiziellen entwickler also sage ich mal den den der nach außen hin als entwickler hingestellt wird nämlich projekt glatt weg ja das team projekt glatt weg hat den entwickler unter ihre fittiche genommen ja aber trotzdem würde ich den entwickler alleine stehend für diese tram loben weil die ist wirklich gut also die ist wirklich gut geworden die ist modellmäßig gut die ist textur mäßig gut die ist repaintbar ja also ist es schon mal kein bodeprodukt wenn man kann jetzt sagen ja ist auch einfach weil es sind nur gerade flächen ja aber selbst die könnte unser herr bode versauen deswegen werden wir sehen was er aus oder was er sonst noch so macht und wie gesagt die tram ist wirklich gut die hat skripttechnisch einige schöne feinheiten die die bahn wirklich gut machen die die automatische lichtsteuerung im innenraum die das mit den türen ist realistisch umgesetzt also ich mal jetzt nicht die animation sondern tatsächlich das verhalten mit türseiten vorwahl alle türen öffnen freigabe und stuff und dann natürlich auch noch das mit dem mit dem fahrt regler dass der so schön bedienbar ist gefällt mir ganz gut weil man hat halt nicht bei diesen bei den freeway trams und das ist halt wirklich ein unterschied bei den freeway trams freeway trump oh gott freeway trams donald trams bei den freeway donald trams hast du dann das problem dass es oftmals ich rede nur davon dass es oftmals so ist dass du den steuerst wie ein bus heißt du gibst gas und solange du gas gedrückt hält beschleunigt diese tram es sei denn die kommt an ihr limit beim bremsen genauso da ist das so du gibst gas legst da halt eine fahrstufe mit ein beschleunigt halt und erhält aber trotzdem so in der art natürlich entschleunigt man immer so ein bisschen noch aber normal hält er ja die geschwindigkeit soweit und das funktioniert auch wirklich gut und die bremsen wenn du dazu weit durch drückt da setzt nämlich dann wert je weiter du nach hinten ziehst desto weiter ich mache hier stau desto weiter desto stärker bremste natürlich auch aber wenn du halt zu sehr durch ziehst dann kommt der notbremse dann fängt das ding an zu bimmeln und dann geht die magnet schienenbremse runter und ja sie geht auch wirklich runter ich meine ich erzähle jetzt eine sache ich bin jetzt hier gerade christopher columbus wie konnte der durch mich durch waren ich habe die kollision an und ich hatte schon unfall auf jeden fall wie gesagt ich schwadroniere jetzt gerade über was was schon viele von euch von euch vor mir erstaunt hat wahrscheinlich oder begeistert hat aber trotzdem ich finde persönlich weil das sehr cool ist jetzt keine sache die ich immer nur machen werde oder viel machen werde weil um sie ist für mich im bus simulator wird es auch bleiben das straßenbahn thema das gehört zu lotus da hat er um sie nicht viel am hut damit die straßen auch ohne probleme funktioniert muss man da auch eine gewisse exe datei also es geht auch mit der normalen aber damit es nicht nach einer halben stunde abstürzt muss eine gewisse exe datei her die gibt es bei aerosoft ich weiß nicht genau wo ich habe sie selber noch nicht geladen aber die gibt es hat der james wie gesagt und wie gesagt das ist an sich eine ganz coole sache mal als abwechslung zwischen mich aber es ist kein ich nenne es mal kerngeschäft von oben sie weil das liegt halt einfach beim bus das ist wirklich gut der bus ist super geil das wissen wir ja alle und damit hat sich denn lotus da könnte da da kommt ja mehr lotus ist ja tram u-bahn s-bahn und bumsfaller und das sind nur die sbs ne das kommt ja dann alles dann muss die bahnphysik auch funktionieren dann muss das auch mit den bahn spawn punkten funktionieren ja dass ein bahn spawn punkt schön nicht einfach irgendwo hin spawnt sondern dass man da spawnt wo man auch spawnen möchte das ist wichtig das macht die um sie waren nämlich aktuell nicht wie ich ja schon sagte die fahrplan sucht die fahrplan die bahn sucht sich fahrplan nicht du der um sie gott teilt dir den fahrplan zu da kannst du nichts gegen machen mhm so bv 80 scheiße ich hab keine kennzeige zu ist ja blöd gelaufen hoher jo doch le dieser ein übungen war oder ich glaube der ist nur kaputt das passt nicht wir schildern gleich mal was anderes wenn wir da sind oh mensch wo ist die zeit nur hin so schnell gerannt 4123 und ach übrigens nur weil ich nur gesagt hab der sound gefällt mir heißt das nicht dass ich jetzt immer ein fan bin heißt nicht ich bin immer noch mercedes zitare fan heute ist nur der immer ein dienstag ja gut und für euch noch ein dollarstag dazu aber strelldorf dorfmölle dann fahren wir jetzt mal ein bisschen langsamer und genießen die landschaft so ja aber beim nächsten mal fahre ich wieder mercedes benz ich mache das dann auch mal so weil ich da auch mal bock drauf habe zwischendurch gerade weil der bus hat echt gut geworden ist und der nl 263 ist ja noch mal wieder eine andere hausnummer als der line city heute ist turbo leider feiern so gut ja so ok fahren wir dann jetzt mal ein stückchen schneller bis jetzt nicht hier mit 30 den berg hoch kaxeln das ist dann auch ein bisschen dorf weißt du wie ist dorf jo dann hätten wir es gleich war auch schon geschafft und dann sind wir gleich schon da ich glaube ich bin doch drauf müllis wirklich im nächsten ja und dann ist 1,7 verfügung der ist sehr 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 lässig der fahrplan ich schleiche den berg hoch und wir haben 1 7 verfügung eine sache die ich mir manchmal bei bussen auch wünschen würde verfügung mhm aber gut komm gehen wir noch mal ein bisschen hartgas hier so 60 dürfen wir hier ok dann fahren wir 60 ja so sieht das aus wenn der julian mal ein bisschen gesitteter fährt hm ich mach das ja immer so ein bisschen alibi mäßig ab und zu bei let's play the map wenn der james dabei ist dann tue ich so als würde ich mal gesittet fahren als würde ich das das wäre das von der das normalste von der welt ja mach ich dann so aber in wirklichkeit gut mache ich halt echt selten dass ich so gesitteter fahre weil ich halt einfach gerne heize ich gebe halt halt gerne gas wenn das gaspedal auf dem boden scheppert und der motor brüllt der truglader pfeift das macht spaß wenn du den so richtig schön pushen kannst jo dann boah guck mal das ist doch schön der motor brüllt der turbolader pfeift und dann jählen nach vorne das gefällt dem julian mhm das mag der julian so müssen wir gleich aufpassen nicht dass wir hier irgendwie an der haltestelle vorbei heizen das könnte mir auch noch passieren bei meinem ähm können bei meinem glück passiert das wahrscheinlich sehr wahrscheinlich aber ich gebe jetzt doch nochmal ein bisschen mehr gas ich habe zwar nicht gesehen dass die 60 aufgehoben sind aber ist mir egal 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 ist mir egal egal boah ich hab richtig bock ich glaube ich fahr gleich noch ne Runde ich weiß nicht ob ich die aufnehmen oder nicht aber ich hab gerade richtig bock Busfahren macht gerade richtig Spaß da bin ich bock drauf denn das macht mir Spaß weißt du mich das macht mich Spaß das das red ich hier in gewisse also YouTuber ne die sich sehr göttlich fühlen ist ne andere Hausnummer da reden wir jetzt nicht drüber das kommen deren Follower hier nur an ne die brauche hier nicht ja ja so ist das aber hab nichts gesagt ok oh hola 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 hee 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 oh hi haa hoa ist das jetzt minus oder plus ich musste Trecker ausmachen Minus 0,7. Natürlich. Dann sind wir doch noch gar nicht in der Doofmühle. Strehldorf Markt. Der war einen zu weit, der Bus. Geht aber nicht. So. Strehldorf Markt. Eine Kurzstrecke. Nimm die hier. Minus 0,4. Reicht für mich. Nimm 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 nimm. Links. Nach Strehldorf. Ich erinnere mich an das Stückchen hier. Jetzt hier ist 30. Endhaltestelle. Strehldorf. Dorfmühle. Okay. Kann man natürlich auch ähm... Kann man natürlich auch vorher schon sagen, mit Endhaltestelle. Strehldorf. Dorfmühle. Da will ich jetzt wieder schneller fahren. Wenn ich mich zu langen habe. Ich war jetzt einfach schneller. Ich war jetzt einfach schneller. So. Hier muss ich die Leute rauslassen und dann fangen wir zur Pause. Achso, der war der Texte da durchgeht. Ich dachte grad schon, was ist dat dann? Wupp. Uiuiui. Warte mal. Warte mal. Dat war ein Hubbel. Pauseplatz. Der schildert schon fleißig um. Und zack. Ich hab dat Boomsdings gerammt. Oh oh. Ich steh in der Botanik. At least I tried. Verdammt. Ich hab voll in der Botanik gepackt. Mir ist egal. So. Hm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt es irgendwie ertragen können. Sag auf, wie sie gehen. Ich verabscheue mich. Bis dahin. Ciao.